Kapitel 1 Die Begegnung Als ich an diesem Morgen die Augen aufschlug, wusste ich, dass der Tag anders sein würde. Der Morgen war hell, ich empfand ihn wie Glas. Er fühlte sich kühl an, klar und durchsichtig. Ich hatte das Gefühl, ich könne den Inhalt dieses Morgens sehen, ohne ihn zu erkennen. Ich stand auf wie immer, ich wusch mich, prüfte vor dem Spiegel meinen Bart und erschloss mich zu einer Rasur. Dann kleidete ich mich an und hatte dabei das Gefühl, als wäre meine Kleidung heute etwas Besonderes. Ich setzte Wasser auf für mein Café und öffnete ein Fenster, um endlich den neuen Tag hereinzulassen. Und er kam herein. Wie betäubt blieb ich am offenen Fenster stehen und nahm die Atmosphäre in mich auf. Nach wenigen Augenblicken musste ich mich plötzlich abwenden. Ich glaubte, es einfach nicht ertragen zu können. Was konnte ich nicht ertragen? Was war heute anders? Diese Frage stellte ich mir selbst. Und ohne nachzudenken, fiel mir sofort die Antwort ein. Das beinahe unerträglich intensive Gefühl, zu leben. Noch niemals hatte ich so sehr gefühlt, dass ich lebe. Ich versuchte es abzuschütteln und wandte mich um. In diesem Augenblick merkte ich zum ersten Mal, dass mit der Zeit etwas nicht stimmte. Das Wasser war schon beinahe verkocht, obwohl ich nur kurz am Fenster gestanden war. Ganz plötzlich entschied ich mich gegen den Café. Ich aß auch nichts und entschloss mich stattdessen zu einem Spaziergang. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn ich vor der Arbeit noch spazieren gebe, aber im Allgemeinen verlasse ich das Haus nicht, ohne etwas gefrühstückt zu haben. Und ich pflege sonst immer den gleichen Weg zu nehmen. Doch heute lenkt mich meine Schritte sofort in eine andere Richtung. Nicht allzu weit von meiner Wohnung beginnt ein ausgedehntes Waldgebiet, das ich von zahlreichen Spaziergern zu kennen glaubte. Wie sich bald zeigen sollte, hatte ich mich wahrscheinlich nur in den nahen gelegenen Randgebieten bewegt. Dieses Mal nahm ich nämlich einen Weg, der sehr tief in den Wald zu führen schien. Als mir die Uhrzeit in den Sinn kam, entschloss sich etwas in mir, heute nicht zur Arbeit zu gehen. Ich wollte diesen Tag nicht verschenken, sondern den Wald genießen und mich anschließend krank melden. Die Zeit wurde mir wieder gleichgültig und sofort empfand ich erneut dieses intensive und beglückende Lebensgefühl. Ich fühlte mich leicht und zeitlos, ewig, unerklärlich. Seltsamerweise wunderte ich mich über all diese beinahe mystischen Eingebungen nicht. Ich nahm sie hin, akzeptierte sie. Ich war schon geraume Zeit gegangen und hatte mich in den Gegenden verirrt, die ich niemals zuvor betreten hatte. Viele Gedanken war ich nachgehangen, die flüchtig an mir vorüberzogen und schon Sekunden später vergessen waren. Da kam ich an diese Wegbiegung, die ich niemals vergessen werde. Ich blieb stehen. Im selben Moment wusste ich, dass ich eine andere Welt betreten würde, wenn ich weiter ginge. Doch dieses Wissen war mir unerklärlich. Nichts war ungewöhnlich an dieser Stelle und dennoch registrierte etwas in mir eine Empfindung, die ich an jedem anderen Tag als verrückt abgetan hätte. Ich zögerte einen Augenblick. Dann schritt ich entschlossen weiter. Hinter der Wegbiegung sah ich eine Bank. Sie stand links vom Weg in einer kleinen Nische in den Bäumen und lud verführerisch zum Ausruhen ein. Auf ihr saß ein alter Mann. Er blickte mir aufmerksam und freundlich entgegen. Ich erkannte ihn sofort. Das klingt seltsam, wenn man gleichzeitig weiß, dass ich trotzdem nicht wusste, wer er war. Unsicher ging ich weiter. Er saß ruhig und abwartend da und sah mich unverwandt mit seinen aufmerksamen Augen an. Ich wurde plötzlich müde, wie bei der Heimkehr nach einem langen und beschwerlichen Weg. Ohne ein Wort setzte ich mich neben ihn. Langsam wandte er sich mir zu und sagte, Ich freue mich, dass du gekommen bist. Eigentlich hätte ich jetzt erschrecken müssen, aber im Grunde hatte ich auf so etwas gewartet. Ich blickte ihn an und versuchte, meine Fassung zu bewahren. Sie haben auf mich gewartet, sagte ich dann. Er nickte. Ich kenne sie, redete ich weiter, um meine Unsicherheit zu verbergen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Er streckte mir seine Hand entgegen und sagte, Ich bin Johannes. Ich ergriff seine Hand und spürte einen kräftigen und warmherzigen Händedruck. Gut, Johannes, ich heiße Klaus. Er unterbrach mich. Ich kenne deinen Namen. Wichtiger ist, wer du bist. Ich war verwirrt. Zunächst einmal kam ich mit der Anrede nicht zurecht. Schon immer hatte ich Schwierigkeiten, wenn ich ältere Menschen mit dem Vornamen anreden sollte. Und was mich noch mehr verwirrte, Woher kannte Johannes mich? Warum hat er anscheinend auf mich gewartet? Ich weiß nicht, begann ich zu stottern. Mir kommt das alles so seltsam vor. Woher wissen Sie, wer ich bin? Der alte Mann lächelte beinahe belustigt vor sich hin. Trotzdem fühlte ich mich nicht ausgelacht, denn er blickte mich gleich wieder offen und freundlich an und sagte, Rede doch bitte noch mal mit mir. Dazu gehört auch das Du. Ich bin dein Freund. Trotzdem weiß ich doch nicht, wer Sie sind. Ich meine natürlich, wer du bist und woher du mich kennst. Ich sagte doch, dass ich Johannes bin. Ich schüttelte den Kopf. Nicht als Antwort, sondern um eine seltsame Beklommenheit abzuschütteln, die langsam von mir Besitz ergriff. Du fühlst dich unwohl? Fragte Johannes. Nein, nicht unwohl, antwortete ich. Eher seltsam, ungewinnt. Irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Er lachte herzlich. Mir fiel dabei auf, dass ich ihn bisher für recht alt gehalten hatte. Etwa zwischen 60 und 70 Jahren. Doch wenn er lachte, wirkte er plötzlich frisch und jung. Nicht in Ordnung, rief er Lachen. Ich glaube, es erscheint dir ungewöhnlich, dass du jetzt mehr in Ordnung bist als sonst. Sicher sah ich ihn sehr verblüfft an. Er hielt mich mit seinen Augen fest auf eine Art, die mir äußerst angenehm erschien und nicht einen Hauch von Zwang ausübte. Meine allgemeine Verwirrung steigerte sich. Dieser alte Mann beantwortete meine Fragen entweder gar nicht oder so treffend, dass es mir die Luft nahm. In der Tat fühlte ich mich nämlich ungewöhnlich, aber keineswegs schlecht. Es war eher so, dass ich mich seltsam berührt fühlte. Aufgehöhlt von etwas, das in längst vergangenen Zeiten lag. Eine Erinnerung wie ein angenehmes, doch trauriges Zurückdenken an die Kindheit. An etwas Wunderbares, das verloren gegangen war. Eine Weile hing ich diesen Gedanken nach. Dann versuchte ich, mich wieder in den Griff zu bekommen.